Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Hafermilch selber machen und somit eine vegane, günstige Pflanzenmilch selbst herstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte am Ende jetzt einen guten Liter an Milchalternative erhalten, weswegen ich mir mal 100 Gramm kernige Haferflocken bereitgestellt habe und genau einen Liter kaltes Wasser. Die Zutaten gebe ich jetzt beide einmal in meinen Behälter für den Mixer. In meinem Fall ist das jetzt ein Thermomix, aber das ist wirklich vollkommen egal. Und nach Belieben kann man jetzt zum Beispiel auch noch 2-3 solche Datteln hier für die Süße hinzugeben. Wichtig ist, dass diese natürlich keine Steine enthalten sollten. Jetzt das Ganze aber mal für eine Minute lang auf sehr hoher Stufe. Bei mir Stufe 10 hier anmachen. Die Minute ist rum und jetzt habe ich mir mal eine große Schüssel mit einem Sieb bereitgestellt. Und in dieses Sieb habe ich meinen sogenannten Nussmilchbeutel hineingelegt. Da wird jetzt gleich das Flüssige von dem festen getrennt. Wenn du sowas nicht zu Hause hast, dann kannst du auch ein sauberes Küchentuch hier verwenden. Ich schütte hier also mal unseren Hafermix hinein und dadurch trennt sich, wie gesagt, jetzt auch schon der Flüssige von dem festen Teil. Als nächstes nehme ich den Beutel jetzt einmal noch in meine Hände und nun ist nämlich der Vorteil von diesem, dass ich das Ganze nach unten hin so schön ausquetschen kann, wodurch sich die Flüssigkeit noch einmal besser löst. Bei mir sollte es auf jeden Fall reichen. Und was hier jetzt im Beutel fest zurückbleibt, ist der sogenannte Dresda. Und diesen sollten wir nicht wegschmeißen, sondern lieber noch zum Backen oder auch zum Kochen verwenden. Hier unten drunter ist jetzt übrigens auch schon unsere fertige Hafermilch. Diese gieße ich jetzt mit Hilfe eines Trichters noch in eine verschließbare Flasche und danach ist das Ganze verschlossen für circa drei Tage in meinem Kühlschrank haltbar. Und somit haben wir unsere Hafermilch jetzt auch schon selber gemacht. Und bevor ich es vergesse, du solltest vor jedem Verzehr das Ganze einmal noch schön durchschütteln, dass sich hier drin wirklich alles nochmal toll vermischt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Mixer, verschließbare Glasflaschen, so einen Nussmilchbeutel oder auch Bio-Haferflocken zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellungen zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterzielen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.